Apple hat ein millionenschweres Paket an Initiativen geschnürt, um Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu schaffen und so systemischen Rassismus zu bekämpfen. Von den insgesamt 100 Millionen Dollar werden 60 Prozent in eine Reihe von Projekten gesteckt. Dazu gehört auch die Risikokapitalfinanzierung zur Unterstützung von People-of-Color-Unternehmen. Zudem werden 10 Millionen Dollar in einen Fonds von Harlem Capital investiert. Damit sollen 1.000 Unternehmen über einen Zeitraum von 20 Jahren finanziert werden. Ebenso errichtet Apple eine App-Entwicklungsakademie in Detroit. Die erste in den USA. Die Akademie bietet einen kostenlosen 10- bis 12-monatigen Kurs an und soll 1.000 Studenten pro Jahr Kenntnisse in Entwicklung, Design und Marketing vermitteln. Die Einrichtung in Detroit wird mit der Michigan State University zusammenarbeiten. Wir wollen mehr Diversität, erzählt Linda Jackson, verantwortlich für soziale Projekte und Umwelt bei Apple. Apple arbeitete schon lange mit Schulen mit vorrangig schwarzen Schülern zusammen. In der 100-Millionen-Dollar-Initiative ging es vor allem darum, was mit den vorhandenen Ressourcen getan werden kann.